Liebe Kinder, liebe Eltern und liebe Playmobil-Fans, viel Spaß bei Ostern Teil 2. Und wie geht es euch so? Gut, und euch, Nicole? Ach so weit, alles ok. Nur, dass Mario jetzt schon seit zwei Wochen schneit. Na sowas. Klaus schneit auch. Ich halte mir dann die Kissen auf die Ohren. Redet da jemand über uns, Klaus? Scheint so. Vergesst das Fleisch auf dem Krönig, sonst wird es schwarz und schmeckt nicht mehr, müssen wir es wegschmeißen. Ja, ja. Ich will fangen und ich fange euch. Ok, Maria. Uff, ich kann nicht mehr. Ich auch nicht. Kommt, dann hören wir auf. Essen ist fertig. Kommt alle in die Sitzecke. Wer was erzählen möchte, was er vom Osterhasen bekommen hat, kann das gerne machen. Paul, möchtest du etwas erzählen? Ja. Also, ich habe vom Osterhasen eine neue Ritterspielfigur bekommen und viele Süßigkeiten. Und du, Maria? Ja. Also, ich habe ein fehlend Malbuch bekommen und auch Süßigkeiten. Möchtet ihr anderen auch was erzählen? Annegret, Alex und Mia? Nein. Mann. Was ist denn? Liebe Kinder, ich mache jetzt hier noch den Kuchen fertig, also beziehungsweise ich stelle ihn raus und den lassen wir uns dann schmecken. Und vergesst es nicht, unseren Kanal zu abonnieren und schaut doch auch mal bei Familie Blümchen vorbei. Tschüss, aber der Osterhase hat euch noch was zu sagen. Jetzt aber wirklich tschüss. Liebe Kinder, Eltern und Playmobil-Fans, vielleicht habt ihr eben gerade schon gehört von Nicole. Ich habe euch noch was zu sagen. Und zwar, wollt ihr mehr über Familie Magic wissen? Dann schreibt es doch mal in die Kommentare. Bis dahin und bis bald. Tschüss.